Ja hallo, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Ja, heute haben wir den 4. November 2017 und zum ersten Mal Hike & Fly mit dem neuen Leichtgurzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir hatten oben doch Ostwind, thermisch durchsetzt, aber leider hat es noch nicht gereicht zum obenbleiben. Spaß hat es trotzdem gemacht. Und ja, soweit jetzt alles gut, unfallfrei und das war doch recht schön. Vielen Dank. Passt schon.